also rahmen bei pineapple sind ja nun gar nicht schön außerdem laufen die videos dann gar nicht richtig wenn man einen rahmen umgelegt hat google hat mir nur gesagt dass das mit dem teuren photoshop programm geht aber viele user hatten diese frage und ich habe mir dann etwas überlegt so kann es zum beispiel aussehen so 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 so